Hallo, ich erkläre euch heute, wie ihr ganz einfach Stickerstars Botschafter werden könnt. Zunächst einmal googelt ihr natürlich Stickerstars Botschafter, könnt eigentlich gleich auf die erste Seite gehen, wählt dann Botschafter in Werden aus, gebt eure E-Mail-Adresse, euren Vor- und Nachnamen sowie eure Telefonnummer ein, dann können wir euch im Idealfall gut erreichen und wählt ein starkes Passwort aus. Ihr könnt unter dem Punkt Bewerbung noch schreiben, woher ihr uns kennt, vielleicht hatte euer Verein oder eure Feuerwehr schon mal ein Projekt mit uns und dann die Nutzungsbedingungen akzeptieren, dann bekommt ihr eine E-Mail mit einem Aktivierungslink zugeschickt, da bitte einmal raufklicken, in der Zeit aktivieren wir euer Konto und dann ist es eigentlich schon geschafft. Ihr könnt dann bitte noch ihre IBAN angeben, damit die 100 Euro, die ihr pro gewonnenen Deal bekommt, auch auf euer Konto gehen. Hallo, ich erkläre euch heute, wie ihr ganz einfach...